so dann sag ich mal hallo und willkommen zurück zu seven days to die zusammen mit dem sammy und dem zobarock und dem zobarock genau und wir sind in der stadt wir haben die stadt gefunden ja wir haben die stadt gefunden und die ist gar nicht mal so weit weg von unser zu hause so jetzt bin ich hier in den aber trotzdem habe kein loot glück im moment nicht uns fehlen so viele tolle sachen die wir gar nicht finden irgendwie ja eigentlich ein kochtopf und metalpipes zwei stück sind dann wäre ich glücklich dann könnte man zurück und könnte unser haus sichern und so ja vor allem müssen wir wir müssen irgendwie was schaffen damit wir unser fleisch braten können ja dafür bräuchte man halt ein grill und dafür brauchen wir metall metall haben wir ja ja das müssen wir haben wir können es ja nicht einschmelzen nach vatn scheiß so es ist auch immer was ja das stimmt also die haben die türen hier ordentlich verbarrikadiert also ich hoffe mal hier ist auch nicht was zu finden und mein magen knurrt ich habe hunger ja ich habe nur noch 25 prozent hier ist ein keller kauf der keller hört sich gut an da ist eine leere dose und eine rohrzange ich habe mir ja dann das problem wird langsam trinken schaut allen treibt ja genau das brauchen wir zwei stück dafür ich habe einige kunden und damit können wir den bello zumindest kennen die hast nicht gesehen irgendwas habe ich eingesammelt das was ist das denn ja ja aber den der die iron pipe nein nein ich kriege hier ist da ist die wieso kann ich denn nichts wenn man jetzt noch eine findet dann können wir uns im notfall auch einen kochtopf machen weil das sind immer ja das ist alles kein problem ich muss was essen aber ich darf die dinge ja nicht so essen das fleisch jetzt nicht ich habe noch was ich habe das ist aber nicht so bisschen du ich habe was richtig gutes du kriegst das beste was gibt ja in dem einen haus bin ich dran komm mal raus jetzt hier bin ich hier legt es hier rein das ist jetzt wir haben zwei stück jawohl dann können wir uns einen ofen machen ich lege ich was rein nämlich das bandana auch kann ich halt noch was habe ich noch was moment da bist du drin ich habe noch eine jacke für mich hier jacke kann ich auch noch nehmen ich habe noch eine waffe gefunden übrigens noch eine waffe noch eine pistole aber nur in grau also ich bin nicht gut warst du schon im keller ja aber hier drin war ich muss noch was essen ich muss was essen also die super soll das sehr viel bringen ich würde sagen nach dem haus laufen auch zurück 51 prozent die bringt ja richtig was ich glaube nach dem haus werde man auch zurücklaufen ich meine ich meine das ist gut ich habe noch eine bessere jacke für dich die ist sogar lila was zu essen jawohl vitamine oder sowas und ich würde sagen und die leeren patronen hülsen wir hierbei machen wir zurück oder ich würde sagen da haben wir da uns der ufe bau stimmt und dann können wir das fleisch braten das ganze genau dann können wir uns ein grill machen dann haben wir die küche ich habe die küche noch gar nicht untersucht auch mensch und kochtopf können wir uns dann auch in zur not machen nichts gläser untersucht hier ist ein top ja wohl gut dann können wir das ist super jetzt kriegen wir alles noch eine dose was haben wir hier ja weil wasser ist bei mir jetzt echt ein problem langsam wie viel habe ich noch 36 prozent ich habe nur milky worte in der hütte waren wir noch nicht war ich noch nicht oben also muss ich mir das merken und wir müssen zurück da wo ist unser heim wo die hier aus die richtung zurück also du hast zwei metalpipes hast gesagt jetzt gut dann können wir uns nicht falsch machen metalpipes ich habe einen topf habe ich das ist schon mal einiges also kann wir auf dem weg dahin jetzt irgendwo wasser wasser ist das ist ja nicht weg weit weg da können wir nämlich das gleich abkuchen und so und dann machen wir die ford und dann geht es schon relativ gut denn haben wir so einige schon das schlimmste überstanden würde ich sagen aber wovor ich dich waren müssen wir die fortschüsse in unser haus stellen auch das kämpfeuer und die an machen die tut sich aufladen irgendwie und irgendwann kommen dann die zogen und sagen wo ihr beratet ich habe hunger ja genau das riecht ja so gut wir brauchen hier noch warte mal wir brauchen noch clay stones schaffe dem das habe ich vergessen du kannst ja schon mal vorlagen ja clay ton praktisch da jetzt mal ein vogelnest ach wie glücklich wo ist denn jetzt ich habe doch gerade stand da ist vier federn da drin bis hier ein bisschen schaufeln bin ich froh wenn wir gescheites werkzeug haben da ist noch ein vogelnest auch das gibt es ja gar nicht jetzt auf einmal findet man die 17 federn aber es ist gut weil ich habe gar nicht mehr viel schuss auch gar keine federn gerade lauf lauf blödes fisch aber ich müsste meine bandage mal nehmen blutest du ja ja dann solltest du die nehmen mache ich das einfach drauf und dann news oder und in die leichte und rechtsglück ja ich habe es genommen so ich gehe mal rein bisschen zu hause oder was ich schaufel hier noch ein bisschen gleich weg doch ich bin zu hause du kannst du kannst du kannst du kannst anfangen zu bauen ich habe jetzt das ist animal hide herkommen dann komme ich auch mal zu hause wo war das jetzt da in die richtung stühle gut was haben wir an habe ich dennoch an krams einfach in die kiste oben rein wir müssen das dann später definitiv wer schreibt mich an wo denn genau ich muss jetzt mal nicht was in die kiste was mit der keule kriegt die jetzt hier hätte ich richtig gut die kräume da ist unsere kiste da schmeiße ich das gleich mal rein der kochtopf kannst ins camp feuer legen ja wenn es gebaut haben ich habe es doch hier schon gebaut hier draußen draußen ja hier kann ich das gleich auch mitnehmen wir brauchen ja schon grill aber den kochtopf kannst du reinlegen da ist es auch wie schön so topf ist da sehr schön und da können wir wasser kochen werden ja genau werde ich auch gleich noch holen was aber ich will jetzt erst einmal denn die fortspauen 16 27 so warte mal ich habe hier die bello brauchen wir über das das haben wir ja so kann schon mit dieses rohr geben oder die rohre klar legen oder legst du ein bisschen da rein und legst ja immer ständig truhe wollen diese in der kiste die eier was habe ich noch ein fragment ja die können wir gleich einschmelzen ja also jetzt kann man das mit dem topf machen nee das kommt dann in die forsch also die wo ich jetzt gleich bau dann so hello jetzt fehlt mir holz ich geholt soll holz auch im deck mal ich muss ihr euch heute heute ich habe 185 holz okay ja ich brauche jetzt bin ich bin jetzt schon draußen kurz hier im baum bissel was und das habe ich noch jetzt habe ich ein clay zu wenig wirklich so gibt es hier was dafür die ford aber hier muss doch irgendwo auch geben ja den ton wo ich vorhin schon geschaufelt habe ich habe schon hier draußen gibt glück gehabt brauchst du nicht nur ein paar steine können wir die neue tür machen treppen bauen auf jeden fall müssen wir irgendwie herkriegen damit wir besseres werkzeug kriegen ja deswegen machen wir jetzt die ford die steine hier weg und dann kriegst du eisenfragmente raus und die kann mal einschmelzen genau was haben wir hier noch was haben wir da das denn steinhack simulator steinachs level 4 aber ist so viel stärker ist die augen das haben wir noch baumwollsamen haben wir hier külsanthemen was können damit machen ich glaube tee kann man damit kochen barnwood richwood pillar so ich komme rein und wir können einen tisch mit bauen ja ich glaube man kann echt alles bauen deswegen werden wir ja auch noch sehen ob wir hier bleiben oder ob wir uns extra hütte bauen ach so aber ich finde die hütte hier ist eigentlich relativ gut untergelegen wir sind weit weg von der stadt stimmt warte mal ich hab doch hier so ich das da nicht kann ich nicht hast du noch holz holz habe ich noch kann schön die ford was reinlegen kann ich machen augenblick was mache ich denn mit dem mit dem animal fett daraus können wir zum beispiel machen aber jetzt gerade brauchen wir das nut ok legt grad feuer hier rein und dann auf turn on drücken ich hole jetzt auch noch mal ich kann ich das aufteilen so mit rechtsglück genau das brennt sehr gut dann kriegen wir jetzt ein bisschen metall wenigstens und die schmalte ich damit rein das brennt das ist so ein bisschen auf die nacht vorbereiten und der ganze eisenschrott wie machen wir das das schmilzt jetzt ein ich habe schon das metal kann ich auch einschmeißen ich reingeschmissen genau und da rauskommt das hier und dann das dauert aber ein stück ich sehe schon ja es dauert etwas deswegen hole ich jetzt hier auch noch holz und alles dass wir dann genug haben ich habe vor allem kohle gesehen habe sie aber dann entnommen es war vielleicht ein bisschen blöd ach so ich wollte noch wasser holen genau jetzt auch warte mal ich habe aber noch dreimal was habe ich hier eine kaffee der rege ich komme mit oder kommt ich komme ich komme mit was die uhr 18 uhr 3 31 müssen wir schaffen müssen uns ein bisschen beeilen und klappt hat und vor allem müssen wir auch sehen dass wir so ich habe ungefähr zehn prozent ach du schande ja sobald wir ein bisschen metall haben werden wir kommst du ich komme ich komme ich komme ich warte mal tür zu machen so wo bist denn hinterm haus auf der seite so dann auf geht's müsste hier irgendwo sein da ist noch ein herrsch ja gut aber wir haben jetzt fleisch habe jetzt alles eigentlich was wir brauchen okay er macht ihn trotzdem kaputt wissen ja da ist das wasser habe ich jetzt erlegt weiß ich habe tierischen kohldampf ja gut wenn wir wasser haben können wir im prinzip auch ich bin sehr hungrig ja wie gesagt also ich habe jetzt wasser schon mal ein bisschen clay wenn und metall an sich ich laufe schon mal wieder richtung heimat ja ich habe dann vielleicht klein und kurz ja gut wir haben jetzt eigentlich genug was solche bis hier 19 wasser noch abkochen zack so und vier knochen sehr schön heimat zurück ich habe keine energie mehr ich bin total fertig ja ich kann mal gucken ob mir schon was aber ich brauche noch clay das ist blöd gerade ich habe noch was also er hunger hast du ich habe noch essen ich habe noch essen noch schön nur zu mir kommen also ich habe noch dosen halt wo steht das scheiß ich habe doch vorhin hier irgendwo clay gesehen das gibt es nur noch oben ja so was sagt unser rufen denn kein eisen wie kein eisen was kann heißen muss das eisen denn moment ich gucke sofort im output ist nichts nene das lassen wir mal ran das so da steht auch albern 495 steht auch auf der rechten seite aber ich muss noch ein bisschen klar holen also ich musste noch das essen geben ich lege sie in die kiste das essen ja ja genau super ich muss jetzt hier raus noch ein bisschen geht nicht ohne koffe kaffee bohnen kaffee bohnen was aber da muss ich auch noch raus haben das nix das gibt es noch nicht ich finde kleine malzeit so wo ist jetzt der clay das gibt es nicht ich werde verrückt 15 prozent so wie geht es uns jetzt ich hoffe besser doch wasser und brauchen wir müssen wasser saufen ja ich koch gerade also müssen schon was drin sondern eigentlich eben hier ist doch der clay im kämpfer müsse ich schon wasser drin sein 40 prozent weiß kann ich das mit 68 prozent okay auch mir geht es auch nicht gut okay egal da muss er jetzt durch jetzt haben wir hier vier mal wasser fünf mal wasser du könntest noch ein bisschen holz oder sowohl für die nacht dass man alles befeuern können ja 95 holz habe ich noch ja es geht ja relativ schnell weg ist ja das problem nein so packen wir da ein bisschen holz nützt ja nix warum rechnen die mich jetzt ich hab doch ich hab doch gar nichts ich weiß nicht was du dabei hast ja doch von hier vorhin ach stimmt ja das zeug habe ich auch noch alles in der tasche so der baum ist auch weg da ist noch einer dann machen wir noch hier den stein hier weg das ist glaube ich ganz gut und dann müssten wir uns hoffentlich einen grill machen können weil ich brauche auch essen ja das wird zeit das wird echt zeit fleisch haben wir reichlich aber ja wie gesagt kein grill und das roh essen ist glaube ich eine ganz dumme idee das glaube ich auch die ist kaputt na super das fängt ja gut an wo war es jetzt das war doch hier das muss da gewesen sein ich drehe durch er kommt zu mir steine habe ich genug ja ich kann mal rein ich bin nicht drin ich bin draußen bis draußen da hinten woher ich glaube gerade im stein hier kriege ich habe hier 72 die kippte die hälfte kommen und drücken ich muss das ja auch können ja stimmt das ist ja auch lernen ja construction tools level 11 level 11 also heißt das ich habe schon wieder ein level ab wird aufgestiegen ne nur in dem ein der ding halt also ja genau aber ich kann jetzt bessere sachen machen im prinzip ja mit der hoffnung dass es so ist so es dauert eine eisenachs wäre nicht schlecht ja aber jetzt ist als erstes müssen wir einen grill machen und dann unsere merkzeuge machen also grill ich glaube jetzt nummer eins und ich habe kohldampf wenn noch was wer schreit aber im moment geht es noch die richtigen mich bestimmt ja ja irgendwo sind sie aber ich sehe sie doch ach du drei stück drei stück aber ich habe hier eine ganz gute waffe für dich für dich jetzt mach das mit ja also diese waffe ist der hammer was heißt er denn so ein spike club oder nahkampf waffe ist aber gut dass die jetzt gekommen sind und nicht später super das habe ich jetzt 860 holz das sollte reichen gehen wir mal rein in die schalte 10 und so langsam ja genau mach die tür zu rein und für zu zack so wirst jetzt oben ja ich bin oben dass das ich habe essen gefunden so was haben wir jetzt trinken wenn wir können wir machen jetzt zwölf so da ist voll da drin wasser dran wie immer denn das fleisch können wir da nicht kochen oder doch aber da bräuchte mal wasser ich will den grill machen ich mache gerade die forged iron ach da bräuchten wir was dafür wie viel brauchen man da überhaupt können wir nicht benutzen ach da brauchen wir pipes dafür was brauchen wir haben wir den krieger ich kümmer umwandeln von dem forged iron was ich jetzt mache ich würde auch nicht sie kriegen wir kreis kann ich das irgendwie umwandeln okay ich bin jetzt versuche ich versuche gerade ein bisschen hier zu kochen was kommt daraus das machen wir auch um später keine rolle mehr so die sekunden laufen runter 321 jam 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 mahlzeit ja ich mache jetzt gerade dabei das wasser nämlich mal raus und stelle das mal in die kiste rein das fleisch ich weiß nicht verdirbt das auch oder fleisch verdirbt noch nicht das hauseinand reingebracht okay na so wenn man das nacht anlassen könnte man problem kriegen deswegen ja weil das tut ja die zombies du hast ja doch gekocht zum fleisch hier natürlich also im im topf jetzt oder ja genau okay dauert vielleicht länger aber braucht aber wasser dazu wasser hat er mir nicht angezeigt ich mache jetzt auf jeden fall ein grill ein grill und dann können kann ich eigentlich mit dem fleisch herkommen dann können wir das reinschmeißen wie war das noch halbieren ach so genau genau das reicht das nämlich mal mit aber es sollte schon deckung in die hocke gehen wir schon noch zehn so wollen wir mal hier ein bisschen gleich schmeißen grillen bitte macht es aus ich habe was gehört noch immer im tools feuer ausmachen ja da wo zoll sein gelegter strunden drunter müsste so ich habe die nämlich so wie werwölfe grad schreien hören nicht gut ja finde ich auch nicht wir verziehen uns da hinten in unser eck wir wollen ja kein theater mit den jungs haben da muss nicht sein muss ja nicht sein so aber das fleisch nehme ich mir mal erstes mal was brauchen wir denn das ach so ich mache meine kerze warum nicht gleich ach ja ich habe mal bandage und macht gibt ihr auch gleich zwei der legst du gleich in die kiste die heilen zwar nicht wie die andere bandage aber sie tut wenigstens blutung stoppen genau so hier ist noch fleisch ich kriege mein typ gar nicht satt er ist immer noch 44 prozent nur da habe ich jetzt noch fleisch drin dass ich dann gleich noch ein buch was zu lesen aber ich glaube zu verbrennen ist das was für ein buch ist es nur normal braun oder irgendwie farbig oder sowas ja das sind dann für blätter und so ganz schon zerlegen als club ja weil es gibt ja auch bücher wo man sachen lernen kann deswegen ja es gibt zum beispiel wie ich gerade sehe pfeile wo man wo man anzündet ok dafür braucht mein buch und dafür wird schon auch das tello brauchen und stahl pfeile und gunpowder und so was machen wir den dosen achten auf das glas das ist noch tape keine ahnung für was das jetzt genau ich weiß ich auch nicht will habe ich hier noch papier wie auch immer habe ich noch da so ich würde sagen nächste tage monstern bisschen genau kann paula noch ein bisschen metallen zu holen und dann genau das denke ich auch mal das müssen wir machen so die zeit ist schon wieder durch gerannt auch sehe ich gerade wieder mal was sagt man unglaublich dass man hunger geht also ich hatte noch was ich hatte noch was habe ich noch nein das ist jetzt weiter weg der tipp hat nämlich ich weiß nicht wie viele frisst ich habe sonst zwei stück habe ich noch mehr kann ich auch mal daran tun jetzt bin ich bei 70 prozent das sollte jetzt mal reichen aber die welt ist jetzt aber hoch guck mal weil wir jetzt gut gegessen und getrunken haben jetzt ein punkt die wellen das hoch 100 habe ich immer noch ja dann muss mehr essen wie viel prozent hast du essen 60 prozent essen noch ein fleisch und trinkt vielleicht noch was wir essen 69 in wasser 63 prozent 74 und jetzt dringend noch trinken ist kein problem mehr für uns hier stimmst du nur das ja reichlich da ich habe jetzt 101 stimmt sind wird auch gestiegen super gut ich würde sagen du hast das schon wieder ja wir sind durch gut für für dieses mal ich sage vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat dann sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten folge seven days today zusammen mit dem sami bis dahin ciao haut rein ciao